Und so habt ihr euren zweiten Endboss besiegt, doch es kam nach viel Abenteuer mit Benjamin! Ja, das war Rosas schon drauf. Mann, Manni. Rette mich hier raus. Das ist so gemein. Oh Mann, scheiße, jetzt muss ich hier... Muss ich den ganzen Scheiße rückwärts machen? Gott. Ja, ich möchte hier auffühlen. Das ist schön. Oh, stop it, run, stop. Ja, guck mal einen an. Habe ich es noch drauf hier. Das Labyrinth. Ja, aber hier, ne? Jetzt... Ritter? Wo? Ja, ist schon ziemlich intuitiv hier, das Spiel. Das stimmt. Wollen wir erst mal zu den Bergen? Der Dragon. Wow. Jetzt kommen wir rüber. Warum auch immer der jetzt ist. Zum Dorf. Oh Gott. Was für eine schöne Stadt. Oh Mann, ist das schön hier. Ich breche ins Essen, ist das klasse. Ja, das ist wirklich schön. Schön scheiße. Oh Gott. Oh meine Fresse. Oh Gott, nein. Der Entwickler hat auch schon lange sein eigenes Wehgeschreien nicht mehr gehört. Ja, wir leben in einem Sozialstaat. Benjamin! Ja, Benjamin, was ist los? Was ist? Ich wollte gerade meinen Bruder besuchen. Warum auch immer. Jetzt ist er auf einmal ein Bruder, den man besuchen möchte. Er wurde von einem Monster angegriffen und ich bin weggerannt, um Hilfe zu holen. Er hat gesagt, dass ich dich holen solle. Es war ein Zufall. Deutsch 2, oder was stand da gerade? Es war ein Zufall, dass ich dich hier getroffen habe. Okay, ich werde Ihnen helfen. Komm, gehen wir. Aber nicht auf einer Schule in Deutschland. Was ist hier denn los? Warum ist er auf einmal so fix? Guck mal, Benjamin. Hast du Muskelträgen gemacht, oder was? Hoi, Benny! Du, ich bin gerade im Kopf. Was machst du aber gut für einen Anfänger? Oh, danke, ne? Äh, ich im Kopf habe nicht aufgepasst. Benny, bitte hilf mir. Oh! Ja, Daniel, hilf mir. Daniel heißt er. Wie der Entwickler. Zufall? Ja, was haben die Illuminaten damit zu tun? Oh, Doggy Benjamin, ohne dich wäre ich tot Dankeschön Hier, ich gebe dir ein Item Power up Das hab ich doch gern gemacht Weißt du, ob es hier in der Nähe ein Schloss gibt, wo ein Ritter drin wohnt? Jo, da gab es mal so eine Legende Geh mal weiter in den Westen und du kommst zu einem Schloss, wo ein Ritter drin wohnt soll Danke, ich mach mich gleich auf den Weg Ciao Ja, ciao Ich hab in meinen Ferien was anderes gemacht Bio-Spiele gespielt Frauen erobert Also warte, so was ist mir definitiv noch nicht passiert hier Gott Vielleicht hab ich mein Leben falsch geführt, ich weiß es nicht Hab ich was verpasst, wenn meine Ferien nicht so waren? Keine Ahnung, möglich Und warte, jetzt möchtest du den Speicher Ich möchte am liebsten löschen Schöne Aussicht Jo, ne? Oh Gott Guten Tag Ach, sie wieder Waffenhaarhändler So, machen wir zum Waffenhaarhändler hier Ach, das ist eine Frau Du, das ist der beste Waffenhaarhändler, den ich kenne Den ich kenne Hallo Was möchtest du machen? Das beste Schwert kaufen, weil ich's kann Und wir sind raus Wieso sind da alle Sachen dreimal drin? Gucci-Bandana kannst du kaufen Ja komm, alles mitnehmen Kann ja sein, dass wir's nochmal brauchen Das ist total utopisch hier Wer kauft sich solche Sachen im normalen Spiel? Niemand Heavy Armour Bronze Mega Und jetzt hier Wem? 999 Ja, die Sprache verstehe ich Maximum Damage Ja, so muss das So und nicht anders So, hier ist in Hallo, kann ich hier schlafen? Nein Krokodilhaut Ja, gib her Ich will Krokodilhaut haben Sofort Ich möchte meinen ganzen Eimer voll mit Krokodilhaut füllen Ich möchte sie speichern Ja, achso, hier waren wir ja schon Na, kann ich bitte schlafen oder nicht? Was möchtest du so tun? Nicht schlafen? Schlafen? Häh? Jetzt nicht Hat er das gerade zu mir gesagt? Was ist das für ein Arsch? HP und MP geheilt Ja, das hat das gut getan, du Tja, das war schön, ne? Ihr leidet mit mir Das finde ich schön Zum Dragondorf Dragondorf Und ich kann nicht an diesem Schmetterling vorbeigehen Der ist nämlich schwer und riesig und böse Und frisst Menschen und kleine Kinder und Wölfe und Wale und Bananen Und mit Bananen ausgestopfte Kinder, die wiederum in einen Wahl gestopft werden Hi Pass auf, sie sind sau stark Wär er hier oder was? Beziege uns und ihr dürft über die Brücke Haha, das wird ein Kennerspiel Oh man Golem und Golem Oh meine Fresse So, ihr jüdischen Sagengestalter Macht euch mal vom Acker hier Kein Rassismus, kein gar nichts Sind wirklich jüdisch Ihr könnt's nachlesen Ich habe gewonnen, der Anschlag Nein, bitte nicht Das ist jetzt gemein von dir Das ist antisemitisch, das will ich nicht Geschafft, weiter geht's Schrecklich, so ein Spiel, ey Schrecklich Guck mal hier, was da ist Möchtest du denn, ich will alles auffüllen, hier zum Berg Random Encounter Messenger Demons Shit, die kriegen nix Ich gebe hier Oh, Alter Oh Gott Was passiert hier oben noch? Nix Das ist das schwerste Labyrinth, das du Ich jemals bestreiten durfte In meinem kleinen Leben Und jetzt kommt es aufs Ganze an Und los Hi Oh, hallo Willst du Das Schloss? Ja, warum? Ja, ich will das Schloss Und warum? Das geht dich nichts an Im Schloss ist ein Ritter Man hört ihn manchmal Er hat unvorstellbare Kräfte Eine Legende besagt Dass der Der den Ritter besiegt Einen Ring bekommt Er soll den, der ihn besitzt Unbesiegbar machen Deswegen bist du hier, hab ich recht Ja, das stimmt Ich suchte den Magic Ring schon lange Doch ich fand ihn nie Und jetzt muss ich nur noch Einen Ritter besiegen Er ist nicht so leid zu besiegen Wow Was war das? War das der Ritter? Ja, ganz genau Ich sagte doch Du kannst ihn nicht besiegen Schafft das schon Tschüss Er ist aber einer von sich überzeugt Guck mal, das ist Son Goku Er hat noch gefehlt Der Quoten-Songoku In jedem RPG-Maker-Spiel Muss mindestens ein Son Goku mitgemacht haben Fakt Hallo Hallo, was machst du denn hier? Ich bin hier, um den Ritter zu besiegen Er kam in meine Stadt und zerstörte sie Er tötete meine Frau Ochichi Das wird er busen Warum bist du hier? Ich suche nach einem Magic Ring Der Ritter soll ihn besitzen Sagen meine Freunde Ich werde ihn besiegen Ich hole den Magic Ring vom Ritter Du willst ihn besiegen Und ich will ihn besiegen Wir können uns doch zusammenschließen Wenn wir alleine gegen den Ritter kämpfen Dann haben wir keine Chance What? Chance Dann haben wir echt keine Chance Okay Zu zweit sind wir besser Na klar Und los Ja, ich möchte hier fühlen Bitte Lass mich alles fühlen Hier Liebes Spiel Hier siehst du nochmal den Magic Ring Wow Was für eine Pracht Alter Wir haben jetzt gerade 1 Uhr morgens Und ich spiele hier diesen Scheiß Was ist mit mir los? Was ist in meinem Leben falsch gelaufen Dass ich sowas machen muss? Besiege mich Und ich verrate dir ein Geheimnis Das schaffen wir doch locker Na klar Dann verrate doch mal Du blauer Drache da Du Schweinebär Du So, boing Was gewonnen? Oh, was für der Son Goku Geschafft Okay, ich werde euch mein Geheimnis verraten Geht links und hoch In dem Raum ist eine Uhr Dort ist ein Schalter Der euch weiterführt Okay, ich habe es euch gesagt Jetzt lasst mich laufen Das kannst du vergessen Und daran erkenne ich, dass ich noch einen Bildungsauftrag habe Nur ein bisschen Ein bisschen So, warte mal Jetzt Okay Warte mal Ich muss mal Schluss machen Bis dann Hi Ja, da sind wir wieder Ich musste leider gerade ganz spontan aufhören Weil mein Nachbar das nicht so cool findet Wenn ich mitten in der Nacht noch so ein Scheiß hier spiele Ja, der hat ein paar Mal so gesagt So, Maddy Jetzt ist es aber auch mal gut Die Ironie an der Sache ist Dass er jetzt zur unchristlichen Zeit Nämlich Mittagsschlafenzeit Und dann wollen wir nochmal das ganze Spiel jetzt mal zu Ende denken Mit der Bohrmaschine hier am Romantieren ist Und ich gerne mal aufnehmen würde Ja, ja, aber ich brülle ja auch rum Und deswegen ist es da drin So, könnte sein, dass ihr dann im Hintergrund so ein bisschen so ein Hört Das, ähm Das ist eine Bohrmaschine Wie gesagt Möchtest du auffühlen? Ja, ich möchte hier auffüllen Oh, this is hard So, wie war das jetzt? Ihr habt vergessen Es ist den ganzen Tag her, dass ich hier gespielt habe Hallo Das da, das da Na, komm Nee Ruhe Schalter umlegen, natürlich Was ist jetzt passiert? Was hat jetzt passiert? Ich hatte nicht so angehört, als wäre etwas gekommen Oh, that's what she said Kinder, ich will nicht mehr Ich will hier raus Ich will, dass das alles hier vorbei ist Oh, geil Geil, Dragon Oh, oida Ich habe jetzt einen Dragon Ich gehe Das ist so beschwert Warum ist der jetzt ein Drache? Sollen wir uns mal den Ring angucken? Können wir nicht Was ist das für ein Schabernack? Ich hatte gedacht, ich könnte jetzt hier nochmal gucken Können ich nochmal Klavier spielen? Nein Der ging Skeleton Niemals Niemals Schöne Bücher Schöne Bücher Schöne Bücher Hanebüchner Jetzt machen wir dich Jetzt machen wir dich platt Puh, ich bin jetzt ein Super Saiyajin Highest auf einmal Auf einmal Das habe ich gesagt, turkis Oh, ich muss auf einmal Geld, Potion, oh. Puh, wir haben es geschafft. Ja. Wo ist der Magic Ring? Der Magic Ring ist in der Kammer. Danke und tschüss. Bitte nicht. Nun auf zum Magic Ring. Ich rieche die Stimmen durcheinander, weil ich mit dem Kehlkopf nur so komisch machen muss. Tut mir leid, Friends. Ist leider, sind die Bücher hier auch schön? Ne, die sind nicht schön, die sind scheiße. Was ist denn mit der Lankern? Warum macht er diese Wand so komisch? Meine Fresse. Das sieht wirklich aus wie der letzte Bildschirm von irgendeinem Spiel. Sieht gut aus. Dort liegt der Magic Ring. Ich habe es geschafft. Ich habe es wirklich geschafft. Und wir haben den Ritter getötet. Ich habe meine Frau Chi-Chi gerecht. Ich nehme ihn jetzt. Mal schauen, was passiert. Magic Ring an. Wow. Was für eine Kraft. Jetzt bin ich unbesiegbar. Du hast es geschafft. Kannst du mir bei was helfen? Ich suche die sieben Dragon Balls, dass meine Frau wieder lebendig wird. Würdest du mir helfen? Weiß ich nicht. Äh, spiel weiter. Spielen. Jetzt aufhören. Demo. Wenn wir jetzt aufhören, war das nur eine Demo. Ne, ich mal weiter. Danke. Echt? Na, okay. Wir werden bestimmt noch auf viele Abenteuer stoßen. Gehen wir. Wohin müssen wir eigentlich gehen? In das Dorf und dann nach oben. Okay, gehen wir. Ich will das nicht. Das hätte theoretisch jetzt aufhören können. Ich habe einfach den Magic Ring. Wo ist der Magic Ring? Unvorstellbare Kräfte. Ja, dann wollen wir mal. Magic Ring. Am Arsch. Der bringt einem überhaupt nichts. Hier, Magic Ring, ne? Ist nicht Magic Ring. Ist hier. Schauwarnack ist das. Das ist Render-Nepp. Mehr ist das nicht. Wieso nur? Wieso nur? Wieso nur hat er den Drachen jetzt wieder da hinten gemacht? Du Wurst. Ich komme nicht mehr hier raus. Das heißt, theoretisch könnte ich cheaten, aber das macht man doch nicht. Macht man doch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel jetzt eigentlich hätte aufhören müssen. Aber, nö. Wir machen jetzt mal. Ich mal weiter. Ich kenne da nichts. Kann ich mich mit dieser komischen Kristallkugel heraus teleportieren? Das wäre ne. Ne, mit dem Ofen? Hallo, ich fliege meinen Ofen. Kann ich den Magic Ring benutzen? Ne, kann sie nicht. Das ist meiner. Verdammte Axt. Wie soll das denn jetzt hier? Verlag. uttermaier. Du bist mir adventure.